Hallo, mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Sexual- und Paartherapeut und in diesem Format geht es um Sex. Liebe Partnerschaft und Sexualität ist das, was mich tagtäglich hier in den Räumen der Praxis für Sexualität begleitet. Diese Eindrücke habe ich auf Papier gebracht in der Kolumne Sex Matters, die im Spektrums Verlag erscheint. Nun wollen wir in diesem Format das Ganze hier in Bild und Ton zum Leben bringen. Ich werde die Kolumnen vorlesen und gemeinsam mit meiner Kollegin Steffi Bohle ins Gespräch kommen. Mein Name ist Stefanie Bohle, ich bin Sexualpädagogin und Gewaltpädagogin. Zwei Themen, die ja hoffentlich nicht so oft zusammenkommen und doch tun sie es. Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn habe ich mich vor allem mit dem Thema Kampfkunst, Selbstverteidigung, Gewalt und vor allem Prävention beschäftigt. Und dann bin ich irgendwie in der sexuellen Bildung gelandet und habe gemerkt, da kommen die Themen manchmal zusammen. Sexualität und Gewalt. Und genau diese Perspektive und die Ideen dazu, ja, möchte ich Ihnen in diesem Format mitgeben. Wir werden uns gegenseitig nochmal Fragen stellen zu der Kolumne und werden sie auch selber ins Nachdenken bekommen. Sie werden Aufgaben von uns bekommen, die Sie nutzen können, um Ihr Bild zum Thema Liebe, Partnerschaft und Sexualität zu reflektieren, fein zu justieren und neue Blickwinkel einzunehmen. Viel Spaß damit!